Liebe Studierende, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit dem neuen Evaluierungssystem umgehen. Lehrveranstaltungsevaluierungen werden auf Joanneum online abgebildet. Sie erhalten ein E-Mail mit der Information, dass eine Evaluierung für eine Lehrveranstaltung vorgesehen ist. Folgen Sie dem Link in der E-Mail. Die Evaluierung startet automatisch, sie ist auf Deutsch oder Englisch verfügbar und Sie können in den barrierefreien Kontrastmodus umschalten. Zur Lehrveranstaltung werden verschiedene Fragen gestellt, die Sie beantworten können. Beachten Sie, dass lediglich Fragen, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, verpflichtend auszufüllen sind. Alle anderen Fragen können Sie überspringen. Bei einigen Fragen finden Sie als Antwortmöglichkeit ebenso die Möglichkeit, keine Angabe zu machen. Waren im Rahmen Ihrer Lehrveranstaltung Gastlehrpersonen involviert, können Sie bei dieser Frage auf Ja klicken und diese Personen hier gesondert evaluieren. Sind Sie mit Ihren Antworten zufrieden, klicken Sie auf Absenden. Das müssen Sie noch einmal mit OK bestätigen. Und Sie erhalten dann eine Meldung, sollten Sie noch einige Pflichtfelder nicht ausgefüllt haben. Nun können Sie das Formular aber wirklich absenden. Dann können Sie das Formular beitragen. Vielen Dank.